So, da sind wir wieder. Wo haben wir den aufgewählt letztes Mal? Wir waren glaube ich hier. Jawohl, ich war mit der Eisenproduktion alles andere als zufrieden. So wird es hier nicht gut funktionieren. Ich wollte das mit den neuen Öfen schon mal ersetzen. Da haben wir auf jeden Fall eine Produktionssteigerung. Und dafür brauche ich Ziegelsteine und Echidale. Aber wir haben trotzdem Rot und Grün. Dann kann ich direkt die hier machen. Da brauche ich rote Chips für. Aber Kunststoff ist wichtig. Flüssigkeit, Behandlung. Oder die Solarquelle. So machen wir erst mal die hier. In der Zeit kümmern wir uns um Chidal. Oh, das denn? Ah, Ziegelsteine machen wir schon super. Was ist denn hier noch ein? Oh, da ist ein riesiges Eisenfeld. Schauen wir mal, dass wir uns da schon mal ranzapfen. Oh, da muss das jetzt Nacht sein. Dann können wir uns die ganzen Bäume hier so ein bisschen wegmachen. Mal gucken. Erst mal den oberen Teil hier. Boah, da ist ja riesen Dinge da. Ehrlich. Dann kommen hier ein paar Tage wieder aus hier. Da war noch einer. So, und jetzt brauchen wir. Dann machen wir mal sechs. Wir haben noch beide Dash. Wollen wir die Steine nicht da mit reinkommen? Machen wir mal drei, drei würde ich sagen. Erstmal, oder? Voll, komm, voll der Geiz. Die Spinner ist eh voll. Selbst die blauen und schnellsten Fließspinner werden bei diesen Sammlern und Mods voll. So, auch keine Steine bei. Hab ich eigentlich schon, ne? Jawohl. Oh, da ist aber noch nicht viel. drin. Naja, muss reichen. Brauche ich denn dafür acht Stahlträger? Glaub ich, mach mir mal eben. Eine kleine Production Stahl. Mal ein bisschen Cola. So. Packen wir uns mal ein paar Steinchen ein. Das Erz würde ich gerne einmal kurz. Jawohl. Könnt weg. Geht noch nicht schnell genug. Geh bockert das aber voll hier. Komm, das muss reichen. Was dauert denn da so lange? Die Zahnräder dauern so lange. Könnte ein bisschen schneller gehen, ne? Das ist mir aber immer noch viel zu langsam. Sonnräder dauern so lange. Ja, das war richtig. So, machen wir hier noch, ne? Sonnradproduktionen. Geht halt noch ein bisschen schneller. Oh, wir können endlich die Solar- Äh, äh, Solar-Module bauen. Dann machen wir jetzt als nächstes mal den Kunststoff. Jetzt läuft das hier aber auch. Fangen wir mal an, hier den ganzen Spaß zu ersetzen. Einfach, weil ich es kann. Also, das geht dann alles ein bisschen schneller. Die werden dann schneller abgeladen. Es gibt keine Öfen, die sich ganz so schnell zusetzen. Die werden wir gleich auch noch ersetzt durch, äh, die etwas schnelleren Öfen. Die ja auch durchaus schneller produzieren können. Allerdings werde ich mir davon jetzt erstmal ne Steinproduktion aufbauen. Das war ja das eigentliche Ziel. das ist ja auch schon nicht mehr. Das ist ja auch schon nicht mehr. Fünf, naja. Können wir noch einen vierten Schombau machen. Jawoll. Hm, hm, hm. Ach, jetzt habe ich nicht genug Fließbänder oder was? Ähm, ja. Eigentlich, Mensch. So, so. Ach, die brauchen jetzt auch noch Kohle, ne? Oh, so ne Scheiße. Ist da irgendwo ein Kohlefeld in der Nähe her? Ja. Dann machen wir die drei hier nochmal weg. Ähm. Ja. Jetzt ist alles nix für Rohrenkohle. Ja. 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 Dann machen wir das Wasser. Ja. 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 Ja, so dürfte er auch was werden. Mal Strom da. Braucht er noch und dann brauchen wir auch Kohle. So, dann laden wir den ganzen Spass hier aus und dann haben wir schon mal eine kleine aber feine Steinproduktion. Ach, die brauchen ja auch noch Kohle. Oh Mensch. Na ja, was sollen sie kriegen. Jetzt soll ich keine Fließbänder mehr. Läuft, 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 läuft. So. Macht auch Kohle. Könnte da machen. Wie schön. Boah, ich habe jetzt glaube ich auch einfach irgendeine Forschung gestartet, ohne groß zu gucken, was ich da gestartet habe. Meine Güte. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. Ja. 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 Sorry, ich muss echt noch ein bisschen, ich bin gar nicht so verstanden. Ja. 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 Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr dabei raus. Und wir machen mal die schnellen Fließbänder. aus. Wenn ich denn dann genug davon hätte. Wenn ich denn dann genug davon hätte. Oh, hier auch mal ein bisschen erhöhen die Produktion. Oha, jetzt kommt da unten nichts mehr an, oder was? Leck mich doch auf den Arsch. Ob das was bringt, aber was müsste eigentlich? Ja. Aber ganz hinten kommt immer noch nicht so viel Gliefert an, ne? Nein, die Güte, das gibt es sogar nicht. Wir machen doch einfach... Oh. Es ist vorbei mit einladen hier. Er sagt, es ist vorbei mit einladen hier. Auslagern dürfte er noch. Oh, oh, der Typ ist schön. Ja, also müssen wir uns jetzt glaube ich erstmal Das können wir ja noch machen Und dann konzentrieren wir uns mal auf eine rote Chips Produktion Und der Stahl der jetzt hier über bleibt, der kann dann aber eingeladen Keine Stahlkisten mehr Äh, Eisenkisten So, so So Ich Laufen die Öfen zumindest nicht voll Ja, da kommt doch Da kommt doch was raus Drei, vier Und noch vier Ja 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 Ich würde sagen, fangen wir mal an die ganzen Ölfen schon mal zu ersetzen Produktivität ein wenig erhöhen Produktivität ein wenig erhöhen Wir sollten anfangen uns dann auf Öl ins Ölgeschäft einsteigen quasi Oh Junge, Junge, Dreck, fünf stück Ja Ja Nichts Kann ich sogar alle bauen Na gut, ich mache hier noch ein bisschen Wald weg und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ja